Jawoll! Jawoll! Und jetzt verlierst du ein... Zwei. Ich muss sagen, jetzt kommt eine Zwei. Aber da musst du ja gleich von mir klauen. Hä? Ah, da wirst du ja gleich von mir klauen. Ja, werd ich wohl machen müssen, ne? Ach, werd ich wohl machen müssen! Das ist doch so, du hast am meisten Münzen. Ach, das ist doch... Krise. Und? Was mein Krabbelbeule eben... War nur außerdem, aber trotzdem, hast du mir grad Münzen geklaut. Und ich drück gar nichts jetzt mal. Ich hab schon die Tasten gehört, Glock. Hä? Ich hab schon die Tasten gehört. Ich drück gar nicht. Ich drück überhaupt... 9, 10, ja... Das würdest du hören, wenn ich jetzt am Regen bin. Jaha! Oh, cool. Okay. Ja, über... GENAAAAU! Dann hättest du aber nicht echt beim Regen gehört. Oh, scheiße! Ah, nimmst du dich? Dich oder mich? Je näher das Ziel ist. Wie war sich bewegend? Ah, okay. Ich glaub nur A. Ja, immer nur wiederholzappeln. Hier ist wahrscheinlich mich. Okay, Sir. Okay. Already safe, ne? Oh, wie viel komisch wackelt. In den epileptischen. Ah, das Blondchen, ne? Das dumme Blondchen. Ich geh noch nicht mal Schuhe an. Ist alles weiß. Die ist wahrscheinlich ein Geist mit dem Kostüm an. Meine hässlichen Fräse. Und macht bestimmt noch eine 2. Ah! Ah! Muaalala! 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 Okay. Ayehm. wait. Und gewechselt. Und gewechselt. Hmmm Lang, 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 Lang! Jetzt hör gar nicht lustig, ne? Ach. Wie sich bei Todware, würde irgendwie da gewechselt werden? Okay. Okay. Wenn du das für mich machst, dann wär' super. War doch schon die ganze Zeit, so du Asi. Wie gesagt, wenn du das für mich machst, wär' das super. Wir müssen erstmal so verteid stehen, wir beide. Sag mal denn. So, ja. Wie dumme Mist gewohnt, Fabio. Man sollte die verstehen. Ich hab mich nur einmal kurz befecht. Ja, schön. Ich glaub, der wollte auch dich. Naja, fünf Stück nur. Vielleicht. Ja, klar. Nee, ist auch nicht. Ich krieg's auch nicht mehr abbezogen. So, noch eine 2. Mendo, Mendo. Oh, sie kann gleich rüber. Ich bin wahrscheinlich gar nicht quälen. Ich darf nicht auf meiner einsamen Insel. Schade, schade, Schokolade. Nichts schade. Wollt schon sagen, das war ein bisschen zu lange kurz, ne? Kann ich mal noch zwei? Oh, er hat schwarz gesagt. Oh. Oh, er hat schwarz gesagt. Oh. Oh, das Geldbordgiver. Schon wieder. Aber danach kommt wieder Knallfall. Meinst du? Klar. Ja. Wow, fuck. Das krieg ich gar nicht hin. Nee, irgendwie. Haha. Ich muss auch mal sagen, ich bin ein bisschen schlecht. Hahaha. Man muss auch mal sagen, ich bin auch schlecht geworden. Fuck. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Ja, aber du hast gesehen, das ist nervig, ne? Ja. Ja. Du wirst gewinnen, laut seiner Aussage. Nee, nee, nee. Meistens ist das immer der Letzte. Ja, meistens. Ja, wahrscheinlich wenn das Computer ist. Kommt echt rüber. Und dann landet sie auch zum Fail und ich lande natürlich bei Bowser. Ja, sicher. Die nicht weg bleiben kann vor allem... Was kriegt das denn? Keine Ahnung, dich zu ärgern oder so. Nicht genug Münzen. Aber sie kann doch jetzt gleich ein Spiel gewinnen. Ah, Minispiel. Ahem. Ahem. Ich tanze deine Lämmen an einem Restaurant. Dieses Mal schaffe ich das nicht. Wie beim letzten Mal. Wir haben mir das Video angeguckt nochmal. Oh, ne. Ich hab keine Ahnung, warum ich das früher hingekriegt hab. Und das lag auch nicht am Schatten. Okay. Start! Nö. Ja, Gruppensex. Was ist die? Geistersex. Geistersexe. Hupp. Das war beim letzten Mal einfach nur reines Glück. Bei mir. Überleg mal, wenn wir da sind, dann werden wir auch für ganz schön viele Münzen mitbekommen. Ja, deswegen ja. Ich bleib jetzt hier. Dann hol ich mir wenigstens 20 Münzen und krieg noch einen Stern durch mehr Münzen. Ja, ja. Draußenbleiben! Welcher Hohlbratze hat jetzt wieder den Schlüssel Beach? Ah, das Börnchen bestimmt. Ne, du. Welcher Hohlbratze, ne? Ja. Wüsstest du das nicht? Ne. Ich bleib jetzt nicht stehen, ne? Oh, das hast du so groß. Wow Das ist ja so großartige. Die Idioten sind nicht im Bett, außer von Peach die Herr so ein bisschen. Geh runter, bitte. Nee, doch nicht. Doch. Nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Komm, zweit. Du bist für die Nation. Schade. Das ist dein Ernst gewesen eben, ne? Ja. Das sagst du dafür dann die ganzen Münzen verspindt. Weiter kleiner Spasti. Geh drüber. Boah, ist eben alles klar. Machen wir immer da, wo die ganze Zeit Kaut ist. Kaut, toll. Tod. Komm wieder. Boah. Gut, aber auch nichts Interessantes, beivergrabener Schatz wäre noch lustig gewesen. Ja, glaubst du ja gleich. Aber, Komm-Hin-Spiele sind jetzt nicht so mehr die Interessante sind. Ja, irgendwie nicht mehr. Das geht jetzt eigentlich nur noch. Warum wer jetzt ein bisschen am meisten macht hier? Denn die Hell sind ja nicht mehr interessant, weil das immer die gleichen kommt. Ja. Gewonnen. Ja, ich hatte zwei so komisch. Naja. Jetzt läuft sie. Sie holt sich den Stern. quotes. ved sel. ichen. 功能.